Servus meine Freunde und willkommen zu einem kleines Video von meinem Kanal. Heute geht es mal darum, wem findet man den Sultan RS. Viele haben mich gefragt und zwar habe ich hier mal zufällig gefunden und zwar wollte ich eigentlich ein anderes Video machen und habe mir überlegt, hey, mal kurz ein kleines Video machen und zwar den Sultan finden wir überall. Das ist so ein Gerücht. Einer würde sagen, man findet ihn nur bei einer bestimmten Stelle. Ich habe das Auto bis jetzt schon überall gefunden, in der Stadt, in der Wüste. Ist so mehr so ein Glückstreffer. Das Auto ist auch richtig gerne, wenn man es richtig fett tunet, wie meine ungefähr. Die unter euch das Geld nicht haben, wie gesagt, schaut mal hier ungefähr, ist ein Video eingeblendet mal, klickt da drauf. Ihr könnt das Auto auch von mir gerne kostenlos haben, kein Problem. Ist auch richtig cool. Ihr seht man es auch, ihr müsst jetzt auf den Käfig gehen. Das ist sehr wichtig. Ihr müsst auf den Käfig gehen. Nur so wird der Sultan RS. Man sieht auch gleich hier, Sportsitze drin, hat sich komplett alles geändert. Und jetzt schaut mal hinten ganz hinten rechts, das ändert sich immer. Die Schrift. So, das war es auch eigentlich von mir, Leute. Einen Daumen nach oben, würde ich mich mehr freuen. Abonniert und schreibt einen Kommentar. Haut rein. Peace.